Ich hatte so eine Art Erscheinung und dachte, ich bin auf der Welt, um Essen zu verkaufen. Herrlich. Gut? Und wie. Also habe ich einen Foodtruck gemietet. Es sind Leute gekommen. Und zwar immer mehr. Aufgrund des Erfolgs von Keys Loaded Kitchen konnte ich aus der Sozialwohnung raus und für mich sorgen. Ich glaube an mich. Völlig egal, ob sonst niemand an mich glaubt. Ich glaube so sehr an mich, dass ihr einfach auch an mich glauben müsst.